Einen wunderschönen Samstag auf meinem Kanal. Viele Menschen mit schweren, mittelgradigen, psychischen Erkrankungen oder insgesamt mit Behinderung bekommen immer gesagt, ach du bist behindert, ach du bist, ach, dann hast du es viel einfacher im Leben. Ich frage mich, woher so wunderbare Menschen das meinen, dass man als Behinderter es einfacher im Leben hat, einfach einen Job zu kriegen, einfach in der Gesellschaft, einfach insgesamt. Das ist ein totaler Irrglaube. Menschen mit Behinderung haben es nicht einfach in der Gesellschaft. Das habe ich auch manchmal in meiner Schulzeit in einer Schule für Behinderung auch manchmal hören müssen, auch von Lehrern. Ja, einfach auch von Lehrern. Jahre danach hat man mich gefragt, ob das wirklich so sei. Ich muss sagen, das ist einfach nur unter der Gürtellinie. Das Leben da draußen, außerhalb von so Einrichtungen ist kein Ponyhof. Nein. Man ist in so Einrichtungen sehr behütet. Auch wenn man das nicht so meint, dann kommt man viel raus und sieht auf einmal, man wird nicht bevorzugt. Behinderte haben es nicht einfach. Und dann werden viele Menschen psychisch krank. Oder insgesamt, psychische Erkrankungen werden immer noch belächelt. Ja. Niemand sucht sich diese Krankheit selbst aus. Man hörst dann an, geh zum Arzt, lass dir die Wunderpille geben, geh zum Psychologen und danach bist du nicht mehr krank. Dann ist der Psyche wieder gut und du bist normal. Ja, normal. Was meinen diese Personen eigentlich, was sie sind? Sind sie mal unnormal? Sie sind Menschen mit Borderline, Persönlichkeitsstörungen, Schizophrenie, Majodepression und, und, und. Nicht normal. Wir suchen uns doch das selbst nicht raus. Niemand sucht sich raus, krank zu sein. Aber das sagen dann die Gesunden, die von nichts Ahnung haben, die es nicht glauben können, fassen können, dass eine psychische Erkrankung einen so kaputt machen kann, den Körper flachlegen kann, wo auf einmal nichts mehr funktioniert, wo man auf einmal nicht mehr laufen kann. Und frag mich, woher kommen die Beinschmerzen her? Oder der Gang zur Toilette ist eine Herausforderung. Insgesamt sich fertig zu machen, anzuziehen oder noch duschen zu gehen, ist eine Herausforderung, die einen sehr belastet, ja, sehr belastet, körperlich sehr, sehr beansprucht. Klar, eine Gehbehinderung an einem Rollstuhlsitz kann man sehen, ja. Wobei, man glaubt aber nicht immer, dass ein Mensch, ein junger Mensch, auf einmal eine Art Gehbehindung haben kann, eine psychische Erkrankung kann man halt sehen. Und man meint immer, nur die Alten, nur ältere Menschen ab 70 oder 80 sind behindert. Da denke ich mir immer, in welcher Welt leben wir eigentlich? Man sieht hier, das Neueste muss ich mich auch kennzeichnen, damit ich überhaupt schnell einen Sitzplatz kriege, weil ich kann nicht mehr so lange stehen, da meine Augen, die nicht so gut sind, ja, aber das suche ich mir auch nicht alles selbst raus. Ich hab mich, glaub ich, die sind die Gäste, dann hab ich mich mit jemandem nicht angelegt. Sie hätten ein Anrecht auf dem Sitzplatz, ich nicht. Ich, ich wäre noch jung und könnte behindert sein. Äh, was denn, deswegen denken sie immer wieder so weit, dass jemand, der jung ist, wo ich mich auch nicht mit 3 und 4 jetzt jung bezeichnen möchte, ähm, klar, ich hab viel Verständnis. Ja, hab ich. Nur ich habe für so eine Intoleranz kein allein Verständnis. Ja, muss man sich jetzt für alles rechtfertigen, dass man auf dem Hinterplatz sitzt, weil man behindert ist, ja, weil man schwer behindert ist mit 90 Prozent? Sind wir schon so weit? Und bei psychischer Erkrankung ist ja gar nicht zu reden, weil das gibt's ja nicht, weil das ist eine Einbildung. Das ist ein Schlag für jeden Menschen mit Borderline, mit Persönlichkeitsstörungen, mit Psychosen, mit sozialen Ängsten, mit Phobien, mit Agora und Sozialphobie. Wir haben uns das selbst nicht ausgesucht. Wir haben das für uns nicht gewollt. Wer will das? Niemand von uns. Ja? Also, ähm, und, und, klar ist das auch bei vielen mit Psychenerkrankungen auch so, dass man Freunde verliert, weil die einen als ihre bezeichnen. Oder viele verlieren die Familie. Ja? Aber manchmal muss man sich halt von Altlasten und von Menschen, die einem definitiv nicht gut tun, die einen eher runterziehen, als hochzuziehen, halt verabschieden. Ja? Ja? Ist schwer. Aber man muss auch denken, die Personen meistens sind alt. Eben, gibt's ja auch nicht mehr. Bloß ich will noch leben. Ich möchte mir jetzt nichts weiter dies und das nachhalten lassen, nachsagen lassen. Und dann muss man sich halt von Menschen verabschieden. Ja? Dann muss man als Menschen sagen, tschüss, aus, ende die Maus. Ja? Man muss manchmal auf sich schauen. Du musst dir was wert sein. Oder du. Oder du. Oder ich. Ich muss mir zu bewährt sein, dass ich mich nur mit Menschen noch abgeben kann und will, die mir gut tun. Nicht, dass die mir ein schlechtes Gewissen machen. Ja? Davon habe ich in meinem Leben genug erledigt. Schlechtes Gewissen. Keiner hat was gegen dich. Das bildst du dir alles nur ein. Und wenn ich dann höre, auch aus der Politik, egal in welchem Land, Ach, Behinderte werden bevorzugt. Behinderte haben sie einfach einen Job zu kriegen. Behinderte sind die Gesellschaft angesehen. Wo lebt ihr? Wo lebt ihr alle? Das ist unrealistisch. Das ist nicht die Realität. Menschen mit Behinderungen werden nicht bevorzugt in unserem Land. Egal, Deutschland, Schweiz, Österreich, Spanien oder sonst wo. Die müssen härter für alles arbeiten. Die müssen sich, die müssen 100, 120, 130 Prozent geben. Ja, das ist die Realität. Und nicht, wir werden bevorzugt. Wir haben es einfacher. So ein Humbug. Ehrlich. Wenn ich zum Beispiel so einen Scheiß lese, da gehe ich ab wie ein Säpfchen. Ja? Wir haben es nicht einfacher. Aber gerade Menschen mit psychischen Erkrankungen, wir sind nicht irre. Wir haben bloß viel zu lange gekämpft. Viel zu lange über unseren Zweit, über unseren Zenit hantiert. Und irgendwann geht es halt nicht mehr. Irgendwann ist man so psychisch fertig, dass manchmal auch nur eine Klinik wieder hilft. Oder, ja, da muss jemand einsehen. Man kann halt nicht mehr. Es geht nicht mehr. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema wieder nachbringen. Sorry für meine bisschen aufmüftige Art heute. Muss da auch mal wieder sein. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Das war im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.